hallo ihr lieben wie versprochen mache ich den live shopping haul bei dm ich stehe auch jetzt davor und wir gehen jetzt einfach mal rein und ich schaue mir gleich an was ihr mir für aufgaben gestellt habt ich freue mich echt riesig auf dieses video viel spaß sind jetzt drin die erste frage ist erst aufgabe ich kaufe etwas aus dem vierten reihe 36 das produkt eins zwei drei vier fünf sechs so dass dieser lippenstift hier und den werde ich dann jetzt kaufen ich zeige ihn aber euch nachher zu hause so dann suche ich mir jetzt noch eine andere kaufe etwas was du niemals kaufen würdest und da weiß ich schon was das hier das würde ich niemals im leben kaufen weil das sieht schon so eklig aus und hat auch schon so einen eklischen namen aber ich nehme das mit und teste das nachher mal vor der kamera dann ein produkt für kinder zur pflege oder hygiene das ist einfach da schauen wir jetzt mal so dann schauen wir mal ja 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 es gibt so viele schöne sachen ja 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 ich suche mir einfach spontan was raus und dann schaue ich direkt nach einer anderen aufgabe ich suche mir einfach spontan was raus kauft ein geschenk für luisas papa oh das wird schwierig weil so viele pflegeprodukte benutzt er gar nicht aber ich werde mal schauen ja genau so wir stehen jetzt hier vor dem regal deo und er kauft sich nie teure deos oder so deswegen schaue ich jetzt mal was ist so gibt was schön aussieht was schön aussieht ist leider kein tester ich nehme mal dieses alaska hier mit dann wollen wir mal gucken wie das riecht ob es ihm gefällt weil es ihm gefällt weil es ihm Ich kann es ja leider nicht riechen können. Kaufe was, was du dir schon immer kaufen wolltest, aber bis jetzt noch nicht getan hast. Okay, dann kommt mal mit. So, das hier soll ich mir schon immer kaufen mal. So ein Augenroller. Aber bis jetzt habe ich es nie getan, weil ich immer gedacht habe, ach, vielleicht bringt er doch nichts. Aber jetzt habe ich die Gelegenheit dafür und freue mich schon drauf, den auszuprobieren. So, dann schauen wir mal weiter. Kaufe etwas für Männer mit F und für Frauen mit M. Für Männer mit F. Was könnte man für Männer mit F kaufen? Ah, Fußdeo. Ich guck mal. So, ich stehe jetzt vor dem Begeil mit Fußdeo und alles, was mit Füßen zu tun hat. Und ich entscheide mich dann für dieses Fußdeo. Vielleicht kann man es ja mal gebrauchen. So, und für Frauen mit M werde ich eine Mascara mir kaufen. Ich probiere jetzt einfach mal einen aus, den ich eigentlich immer mal ausprobieren wollte. Ich wollte mir, das habe ich jetzt gesehen, der ist ganz neu und den kaufe ich mir jetzt mal, weil normalerweise habe ich immer den von L'Oreal. Aber ich probiere jetzt den einfach mal aus. Guck mal, wie der ist. Ich mach das, diese Aufgabe nochmal, weil die gefällt mir eigentlich am allerbesten. Gehe zum achten Regal und nehme das achte Produkt aus der dritten Reihe. Das ist echt ein Überraschungsprodukt und das finde ich echt toll. Da gehen wir jetzt mal zusammen hin. So, das achte Produkt aus der dritten Reihe. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13. Das ist ein Lips-Snoozer. Guck mir mal aus, so Farbe finde ich schon mal total schön. Da bin ich mal gespannt. Ich werde euch die Produkte alle noch her, zu Hause nochmal zeigen. So, ich bin jetzt wieder zurück vom DM und wollte euch noch die Sachen zeigen. So, einmal dieser Brottrunk, den werde ich jetzt mal probieren, weil ich, ja, das hört sich wirklich schon sehr, sehr eklig an, aber ich werde es jetzt mal probieren. So, ich habe ihn jetzt aufgemacht und... Stellst du ihn bitte auf den Tisch? Danke, und werde ihn jetzt mal probieren. Oh, der riecht schon eklig. Igitt. Widerlich. Ganz, ganz widerlich. Der schmeckt wie abgestandener Sekt. Wirklich mega widerlich, werde ich nie wieder in meinem Leben kaufen, aber durch das Video habe ich ihn mir heute mal kaufen. So, einmal war das für Männer, ja, für Männer mit F und da habe ich dieses Fußdeo geholt und da bin ich einfach mal gespannt, wie das ist. Wir benutzen sowas normalerweise gar nicht, aber ich denke jetzt, wenn der Sommer kommt, probieren wir es einfach mal aus und, ja, mal schauen, wie das so ist. Vielleicht hat jemand Erfahrung mit sowas von euch. Könnt ihr ja mal unten in die Kommentare schreiben. Dann war was für Frauen mit M, da habe ich diesen Mascara genommen. Ich glaube, der ist jetzt ganz neu von Essence. Ich habe normalerweise Mascara von L'Oreal benutze ich immer und, ja, aber die Gelegenheit hat sich jetzt ergeben und dann werde ich den mal ausprobieren. Mal schauen, ob er was ist. Dann ein Pflegeprodukt für Kinder. Dann haben wir diese Bübchen. Das ist Shampoo und Spülung. Wir haben auch immer von Bübchen Shampoo für die Luisa, dieses Sport. Das ist dieses blaue Shampoo. Und das ist, glaube ich, auch ganz neu, aber es hat voll die süße Verpackung. Und mit Spülung drin. Ja, mal gespannt, wie das so ist. Weil Luisas Haare beim Kämmen ziehten immer so. Und mal gucken, ob das jetzt nicht mal so ist. Dann war diese Aufgabe mit dem Regal. Das ist der Alverde Lippenstift. Das ist dieser. Ich hatte ihn euch ja mal ganz kurz gezeigt. Und das ist die Farbe 03 Rosi Nude. Ich weiß nicht, ob man es jetzt so gut erkennen kann. Ja, und den werde ich auch mal ausprobieren. Ich benutze sehr, sehr selten Lippenstift, aber das ist eine ganz neutrale Farbe. Ich denke mal, die wird schon sehr gut sein. Und dann war noch eine Aufgabe mit einem Regal. Und da ist das hier, dieser Catrice. Das ist ein Lipsmooser. Ich denke mal, dass der auch ganz gut ist. Von der Farbe her gefällt er mir auch total gut. Und ich denke mal, das kann ich auch benutzen. Dann ein Geschenk für Luisas Vater. Da habe ich mich für dieses Axe Alaska entschieden. Weil das weiß ich, das würde sich Luisas Vater nie kaufen. Weil er kauft sich eigentlich immer nur von Nivea. Und er gibt auch nicht viel Geld für Beauty-Produkte aus. Und deswegen habe ich mal das hier genommen. Und ich probiere es auch jetzt mal aus. Und gucke mal, wie es riecht. Oh ja, das riecht wirklich gut. Sehr männlich riecht es. Ich denke, das wird ihm gefallen. Weil er ist sonst sehr eigen mit seinem Geruch, was Parfüm und Dio betrifft. Aber ich denke, das wird ihm gefallen. Und dann kaufe das, was du dir schon immer kaufen wolltest. Und ich wollte mir schon immer so einen Augenroller kaufen. Weil ich manchmal hier so leichte Schwellungen habe am Auge. Das sieht man jetzt vielleicht auch. Und dann habe ich immer geguckt. Und der kostet halt, ich glaube, 10 Euro oder 9,99 Euro. Und da habe ich immer gedacht, vielleicht ist er doch nicht so gut. Aber jetzt hat die Gelegenheit sich ergeben. Und den werde ich dann jetzt mal ausprobieren. Und hoffe natürlich, dass er sehr gut ist. Weil Garnier habe ich auch ein paar Produkte, ein paar Cremes. Und bis jetzt war ich sehr zufrieden damit. Und ja, mal schauen, ob das hier gut ist. Okay, das waren die Sachen. Und mir hat das Video wirklich einen Riesenspaß gemacht. Weil das einfach, ja, alleine schon die Aufgaben da zu erfüllen im DM. Das fand ich echt total toll. Also danke, dass ihr mir bei Instagram diese Aufgaben gestellt habt. Ich fand das wirklich toll. Es wollten noch ein paar Leute gegrüßt werden. Und zwar die Patricia Helmhardt. Die Yassi Adanur. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Und dann Emikas Spielzeugwelt. Das ist ja die Gymbi Jessie. Und die Tinker Mörtel. Charlene. Angelina Schwippe. Du hast ja sehr lange drauf gewartet. Aber das ist halt immer, wenn wir Videos schon vorgedreht haben. Und mich in der Zeit jemand fragt, ob wir ihn grüßen können. Machen wir natürlich gerne. Das ist überhaupt kein Problem. Aber wenn die Videos schon vorgedreht sind, stellen wir die halt, die wir vorgedreht haben, zuerst online. Und dann dauert es halt manchmal ein paar Videos länger, bis ich jemanden grüßen kann. Deswegen, also wir grüßen immer wirklich jeden. Und ich hoffe, ich habe auch hier niemanden vergessen. Und ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt mir doch einen Daumen nach oben. Lasst mir gerne ein Abo da. Das würde uns echt riesig freuen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.